Das ist ein herber Schlag für alle Fans der Kelly Family. Erst vor rund drei Jahren feierte die beliebte Volkpopband ihr großes Comeback mit einem Mega-Erfolg. Sie brachten in den vergangenen drei Jahren nicht nur zwei weitere Platten raus, sondern tourten auch durch die Weltgeschichte. Ein Mitglied verabschiedet sich nun aber aus den musikalischen Familienreihen zu, Angelo Kelly 38, kehrt der Band den Rücken. Das erfuhr RTL aus dem Kreis der Familie. Der fünffache Vater bestätigte dem Sender daraufhin die Nachricht, es ist wahr. Es war schön, aber hat sehr viel Kraft gekostet und Zeit von meiner eigenen Familie genommen. Ich werde aber immer die anderen supporten. Wie es für Angelo musikalisch weitergeht, schließlich ist er auch Solo-Künstler, ist indes noch nicht bekannt. Die Kelly Family selbst scheint aber erst einmal weiter bestehen zu bleiben. Anfang des Jahres war Angelo noch als Kakerlake bei The Masked Singer dabei. Die verrückte Maskierungsshow verließ der 38-Jährige im März allerdings freiwillig, um während der aktuellen Gesundheitskrise bei seinen Liebsten sein zu können. Was sagt ihr dazu, dass Angelo die Kelly Family verlässt? Stimmt ab. Stimmt ab. Untertitelung des ZDF, 2020